Hallo! So, wir sind schon wieder hier, diesmal mit Verstärkung. Annalena und Androfi. Nachdem wir schon das Leichenhaus und das Geheimzimmer gemacht haben, machen wir heute das Casino. Da sind wir schon sehr motiviert. Schaffen wir das? Ja, auf jeden Fall. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das! Mit ein bisschen mehr Motivation! In einer verlassenen kleinen Stadt am Rande Berlins gibt es einige illegale Casinos. Die Stadt ist auch für eine Bar bekannt, die aber nur für einen ausgewählten Kreis von Menschen bestimmt ist. Ihr beschließt, dorthin zu gehen, etwas Tee zu trinken und dann... Bäm! Euer alter Freund Boris kommt zu euch und sagt, Wo ist die Kohle, die ihr mir schuldet? Ich gebe euch eine Stunde, um das Geld zurückzugeben. Leider verfügt keiner von euch über diese große Summe an Geld und ihr wisst nicht, wie ihr sonst das Geld in nur einer Stunde auftreiben sollt. Der einzige Ausweg scheint, in diesem Casino euer Glück zu versuchen. Also Mädels, auf geht's! Ach, du Scheiße! Äh, noch mehr. Ja, oder? Wir müssen ja noch... Das war zu viel. Das war zu viel. Ja, offen. Okay. Da ist ein Dings drin. So, das passt. So, da unten geht es. Was geht denn los? Ja. Ist es offen? Da wäre nämlich viel Zeit, ne? Ja. Ha! Wie man sieht, haben wir gut gewohne. Haben wir das Geld abgestaubt und Boris zurückgegeben. ja gut man konnte nichts machen sonst kriegt man auch die kniescheibe gebrochen also das spiel war wieder unglaublich geil sehr viele rätsel total genial super wirklich hinreißend ja absolut man kann es wirklich jedem nur empfehlen es macht ganz ganz viel spaß da kann man schon ein bisschen schwach wäre also es ist wirklich total genial und wir empfehlen wirklich jedem der wohl in berlin ist ich selber zu überzeugen ihr werdet es nicht bereuen das ist der absolute hammer ab nächstes jahr also ab februar märz 2016 gibt es drei neue räume alles im wunderland ist ein thema werkstatt und weltall astronaut mäßig da sind wir noch sehr gespannt und das bedeutet für uns alles klar dann bis zum nächsten mal und tschüss ist immer noch ganz fleißig am suchen unser toter liegt noch da wir haben hier mittlerweile einen ganzen stapel krankenakten oder todesakten spiel ist sehr sehr cool macht viel spaß so